hallo und herzlich willkommen bei wie Hacker muss ich sein Pocket Mirror Goldener Traum das letzte mal haben wir sie hier getroffen ähm sie scheint spiegelverliebt zu sein und ihr eigenes Bild mehr zulieben als alles andere und hier drüben steht goldene Lüge auf dem Banner und sie scheint nicht darüber glücklich zu sein, oh komm die Tür ist offen oh komm ich aber so auf war das falsch oder was richtig hey ja zurück ja ich befürchte Lufi sind aufs gegangen Lüge Profitern aber ganz gut so können wir hier mal ein bisschen lang gehen ok wir müssen da lang ok die zumal rot blau grün holen gelb blau rot ok rot blau 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 Vielen Dank. We made it. Es war auch nicht offensichtlich, was zu tun war. Ich kriege Speichelpunkt, weil das habe ich keinen Bock wieder zu holen. Schon wieder abgerissen. So, das ist komisch. Ihr habt doch gelernt. Vertraue dem Mädels hier nicht. Wie alle anderen auch, ja. So, das ist ja. So, das ist ja. So, das ist ja. Ja, rest zu, ne? Ruhe und Frieden würde ich behaupten. Danke, dass ich dem jetzt nicht nochmal wiederholen muss. Dann wollen wir mal. Können wir rennen? Was war das denn gerade? Können wir springen? Danke. 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 lügnerin und wir sind schon wieder hier ne zumindest kein tnt ne ich glaube das brauchen wir alle someone even needs a nap die unterwelt let's go aber das wenn wir jetzt den nächsten paar rauszukriegen was die lustiges abgeht wird auf jeden fall interessant